So, weiter geht's und, ähm, ja. Muss man erst mal gucken, ob ich den töten kann. Hier irgendwo ein Mimik ist. Ja. Hab ich mir noch gedacht. Da krieg ich ja mal eine Rostung mal. So, ist auch wieder voll. Wunderbar. Wir gehen jetzt erst mal hier hin. Perfekt. Aber ich mach auch nicht mehr lange. Und, ja. War ich hier schon mal überhaupt? Ah. Nehmt gleich mal mit. Umso besser. Hab mir so schon gedacht. Oh, cool. Endlich. Gut. Gut. Hey, das läuft ja gut! Ich hätte ja schon Bock so im neuen Jahr mehr auch PC-Games zu zeigen. Ja, werde ich auch machen. Wahrscheinlich gleich nach, ähm, hier, nach Spyro 2. Wollte ich Portal 1 Let's Plane. Hm? Ach, das habe ich schon ewig vor, mir das mal vorzunehmen. Erstmal gehen wir nochmal komplett zurück. Weil da gibt es nämlich nur ein paar Stellen, wo ich gerne nochmal hinwollen würde. Die Neuromod-Abteilung, weil da habe ich nämlich auch einiges noch nicht, ähm, gefunden. Und deswegen wollte ich mich da nochmal genauer umschauen. Weil das wird jetzt erstmal definitiv die letzte Aufnahme in diesem Jahr sein. Weil ich am Mittwoch ungefähr weitermachen werde. Dienstag werde ich nicht aufnehmen. Das ist Neujahrstag, ähm, da will ich gar nichts dazu kommen. Bis wahrscheinlich Mittwoch. Gehe ich mal von aus, am 2.1. Weil ich muss ja nächste Woche wieder arbeiten und so ein Dreck. Und ja. Naja, was soll man da machen? Das ist halt eben so das Leben, so funktioniert das und nicht anders. Komm mach hin. Aber ich überlege auch schon, ob ich am Neujahrstag schon mal die ersten Parts, ähm, pre-hochlade. Ja, hier war das Teil. Warte, ich will mich hier nur mal so ein bisschen umschauen. Riecht da überhaupt rein? Zum Beispiel das hier, das wollte ich mal reparieren. Ja. Eine Pistole. Sehr cool. Schallgedämpfte Blah. Haben wir noch Blu-Kanone? Ja. Ja. Man, dafür hab ich zu wenig Munition. Warte mal. Hier nicht noch ein Upgrade oder sowas? Ne. Hier haben wir das nicht. Hm, hm. Hm, ne. Der ist nämlich für die Typhon. Das ist auch ne gute Idee. Krieg ich auch nicht hin? Vielleicht irre ich mich ja da und hab mir das nur eingebildet. Ja, dass die wie die Bekloppten da draußen schon knallen. Ja, ja. War ich eigentlich nicht da schon mal drin? War ich eigentlich da schon mal drin? Moment mal. Moment mal. Ich geh da noch mal hin. Das irritiert mich jetzt irgendwie. Ich geh da nochmal hin. Das irritiert mich jetzt irgendwie. Ach, da brauch ich diese Scheiß-Hacken, ne? Weil ich ja leider noch nichts hab. Ne, noch lange nicht. Das ist so die Scheiße. Ah, 998. 99, okay. So, öffnen. Schauen wir uns hier mal um. Finde ich jetzt interessant. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Blitz? Noch mehr von den Dingern. Hier noch was. Ne Heilung. Natürlich mitnehmen. Das ist auch noch jede Menge. Ich würde gerne wieder den PC irgendwie on-man kriegen. Ja, schön. Aber hier ist es so dunkel. Ja, irgendwo stimmt trotzdem hier nicht. Das ist echt ein bisschen zu einfach. Nehmen wir noch die ganzen Dosen mit. Wunderbar. Ich will was sehen. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder die Taschenlampe benutzen darf. Ach. Hm, lecker. Lebensmittel. Würde ich auch gerne zum Frühstück essen. So ein Pfirsich. Was haben wir denn hier? Nö. Okay. Trotzdem hier stimmt was nicht. Hier kann ich anscheinend nicht rein. Was ist das hier? Ah. Hier ist auch noch ein Raum, wo ich nicht rein kann. Ey, schlimm. Also muss ich bestimmt irgendwie einen anderen Weg finden. Was ich an diesem Spiel jetzt wirklich mal mag, ist dieses Geheimnisvolle. Also dieses ganze Entdecken und so. Das mag ich eigentlich bisher an dem Spiel. Was ist denn noch mehr? Äh, aber hier gehe ich noch nicht hin. Ne, ne. Er ist mal hier. Ich bin wirklich schon mal im Vorfeld, während meine Urlaubszeiten ist viel aufgenommen. Das ist gut. Dann habt ihr viel Videomaterial zum Gucken. Eine Sektflasche. Das mitnehmen. Ach, Flipperautomaten. Wartet nicht alle Tipps. Drossel, mir stimmt was nicht. Ich guck mich hier nochmal richtig um, weil... Mir kommt das nicht ganz koscher vor hier. Drossel, mir ist das nicht ganz koscher vor irgendwo. Fettwäsche. Toiletten. Ist das auch noch was? Ha. Krass ist das hier riesig hier. Ich glaub, das ist sogar die Tür, wo wir halt nicht rein konnten. Ah, hier. Nimm mal mit. Hier ist ja noch mehr. Spiel macht schon irgendwo Spaß, muss ich sagen. Mir schon. Ich find auch so, das ist ein bisschen wie Dino Crisis. Falls es irgendwen was sagt. Für die Playstation 1. Ja. Das ist genau so ähnlich. Also, was würde ich mir für Jahr 2019 holen? Das wäre auf jeden Fall das Remake zu Resident Evil 2. Auf alle Fälle. Das will ich auf alle Fälle zocken. Weil ich brauche auch mal ein Horrorspiel. Wo ich mich auch gruselnd hole. Weil, ähm. Ich hab zu wenig davon mal gezockt. So Horrorspiele. Naja, was heißt zu wenig? Ähm. Ich hab einige gezockt. Also halt, ähm. Fair zum Beispiel. Fair 1 bis 3. Fand ich. Sagen wir mal, sehr gruselig. Kann ich nur mal sagen. Ich fand das Spiel schon immer gruselig. Aber, irgendwo mal. Irgendwo muss das mal sein. Was ist überhaupt hier? Ich glaub, sonst war hier weiter nichts. Na. Gut, dann haben wir das jetzt alles. Wollte mir den Raum schon längst mal ansehen. Jetzt weiß ich ja, dass hier was ist. Dass hier mal was war. Was ich mich vielmehr frage, was da oben ist. Äh, kann man da überhaupt hin? Glaub er nicht. Ich glaube aber, wir haben uns jetzt hier, ähm, genug umgeschaut. So, hier sind wir fertig. Cooler Raum. Hier können wir leider noch nicht hin. Dann brauch ich den Code. Ich habe. Ich frage mich noch eins, ob da irgendwas ist, da drüben. Ah, hier ist er auch noch. Ich muss mich nur mit dem Karton da weghaun. Ich muss mich nur mit dem Karton da weghaun. Ich muss mich nur mit dem Karton da weghaun. Könnte man die Pistole eigentlich dafür verwenden, dieses komische Alien auszuschalten? Das will ich jetzt mal wissen. Ich guck nur mal komplett am Anfang, ob ich wirklich alles hier gefunden habe. Hey, hier ist noch ein Neuroman. Sehr gut. Gut, dass ich hier nur mal hergehe. Hey, hier krieg ich ja noch einiges. Gut, dass ich hier in manchen Orten noch mal hingehe, weil das schon unwisslich ist. Und dass ich schon wieder upgrade, ach man, schade. Da werde ich irgendwann noch mal hinlassen. Ich guck aber noch mal alles ab, ob ich überhaupt was finde, weil, ähm, man weiß ja nie. Vielleicht gibt's mehr. Tod. Was ist denn da dann? Ich schau mich hier aber noch mal ein bisschen um. Hier ist doch wahrscheinlich noch einiges. Weil mein Forscher drang, lässt mich grad nicht so los irgendwie. Und deswegen... Ich guck mich hier doch irgendwie... Ich guck mich aus. Ich guck mich auf den Или. Was ist hier überhaupt schonmal? Nö. Wo haben wir den Anfang eigentlich jetzt komplett abgesucht? Gott, hier ist anscheinend nichts mehr. Ne, nur für die Tür. Der hat Glückwunsch, mhm. Oh, da müssen wir halt nur ein bisschen suchen, ob wir was finden. Ich denke aber, wir haben ja alles. Denke ich mir, weil, ähm, ich glaube, dass wir hier nichts finden. Nö. Nur halt diese Flaschen hier. Da würde ich sagen, verschwinden wir mal hier. Ich finde das hier nur gerade mal den Ausgang, wenn ich ihn finde. Noch eine Notiz. So viele Notizen, ey. Wahnsinn. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020